Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, auch bekannt als Mr. T. Heute zum Thema, was ist das beste Kartegerät? Auch hier gibt es manchmal teilweise sinnlose Diskussionen, was ist das Beste, was bringt das meiste, Kunst, es ist immer wichtig, dass ich überhaupt irgendwas mache. Welches Gerät ich der Nutze, lassen wir mal an Punkt 2. Also er nutzt Kartegeräte und da wird behauptet, auf dem Ergometer wird am wenigsten Energie verbraucht. Auf dem Großtrainer wird mehr Energie verbraucht, auf dem Laufband wird mehr Energie verbraucht. Und so geht es hin und her, der eine behauptet das, der andere behauptet das. Einen Tipp von mir und zwar ganz klar den höchsten Energieaufwand, wenn ich es richtig mache natürlich, wenn ich natürlich dieses Gerät richtig benutze, dann ist es ganz klar das Rudergerät. Das Rudergerät verbraucht am meisten Energie pro Zeiteinheit, weil wir hier die meisten Muskelfasern, wenn wir es richtig machen, gleichzeitig im Einsatz haben. Viele Muskelfaserbündel gleichzeitig im Einsatz bedeutet einen hohen Energiebedarf, eine hohe Energieverwertung. Wir gehen weiter und dann kommt das Laufband. Wer das Laufband benutzt, verbraucht natürlich auch sehr viel Energie, natürlich nur dann, wenn er nicht gemütlich in aller Ruhe spazieren geht, sondern natürlich, wenn er natürlich hier entsprechend Einsatz zeigt, je nach Leistungsgrad entsprechend forciert, braucht man natürlich auch viel Energie. Warum? Allein schon das Anheben des Beines, Absetzen sorgt dafür, dass der Muskel gegen die Ertanziehungskraft arbeitet, dass er kontrahieren muss, Spannung aufbauen muss und das natürlich nachdem wir schnell laufen, natürlich in ganz gewissen Intervallen. So brauchen wir da auch als zweithöchstes sehr, sehr viel Energie, wenn man da noch Steigung einbaut, perfekt, wahnsinnig viel Energie. Kann aber nicht jeder machen, genauso wie nicht jeder vielleicht das Rudergerät liebt oder mag genauso nicht, wie jeder jetzt das Laufband nutzen kann, weil er vielleicht Kniegelenks, Hüftgelenksprobleme hat, was auch immer. Oder auch ein Rückenproblem mit seinem Rudergerät, der kann es nicht nutzen. Was nutzt der? Der könnte ein Crosstrainer nutzen und das Fahrrad. Und hier wird immer behauptet, dass der Crosstrainer mehr Energie verwertet. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das stimmt so überhaupt gar nicht. Und zwar aus einem einfachen Grund. Da muss man Menschen genau anschauen, wenn sie eine gewisse Zeit lang auf dem Crosstrainer arbeiten, da wird natürlich Energie da schon ganz schön geschummelt. Erstmal werden die Hände in der Regel oben angelegt, weil unten über die Schubschienen werden ja die Bewegungsarme mit geschoben. Das heißt, ich habe nur die Hände dran, habe aber einen relativ geringen Einsatz. Die meisten haben gar keine Spannung auf dem Oberkörper und somit wird da natürlich nur minimal Energie verbraucht. Und dann mal genau hingucken. Da wird nach einer gewissen Zeit geschickt das Gewicht von rechts nach links verlagert mit etwas Schwung. Und somit sorgen wir durch diesen Energiesparmodus, dass wir gerade im Crosstrainer nach einer gewissen Zeit, je nachdem wie geschickt der Gute ist, hier natürlich im Energiesparmodus läuft. Allein durch das Umsetzen des Körpergewichts, wenn man das geschickt macht, hat man natürlich Energiesparmodus und dann ist es schon nichts mehr mit. Crosstrainer verbraucht mehr Energie wie das Bike. Das stimmt so nicht. Klar, wenn man natürlich vollen Einsatz zeigt, ein Crosstrainer. Und die Arme mit benutzen, den Rücken mit benutzen, dann habe ich einen ganz klaren Vorteil, weil erstens mache ich natürlich auf dem Crosstrainer das Ganze stehen, das ist eh besser für die Wirbelsäule, für die komplette Körperstatik. Energie werden höher, logischerweise. Gut, gesundheitstechnisch konform, weil sitzen eh schon zu viel. Aber wenn man dann mal eine gewisse Zeit lang das gemacht hat, steigt man auf das Bike um und merkt dann, wow, diese Spike fahren, weil da, wenn ich sitzen bleibe, habe ich relativ wenig Chancen über Körperlastveränderung hier mit Technik zu arbeiten, Energiespartechnik zu arbeiten. Deswegen lassen wir das mal dahingestellt, was verbraucht mehr Energie, was verbraucht weniger Energie. Wichtig ist, dass wir es überhaupt mal machen. Wichtig ist, dass wir überhaupt mal Sport betreiben, dass wir so viel wie möglich Muskelfaserbündel benutzen, weil wir den ganzen Tag, beziehungsweise der größte Anteil der Bevölkerung, 80% aller Arbeitsthemen, ich glaube sogar 85% aller Arbeitsthemen, haben hier körperliche Inaktivität. Die sitzen den ganzen Tag auf dem Stuhl. Allein das ist schon eine Katastrophe. Und da ist natürlich das Krafttraining, das Ausdauertraining, natürlich eine präventive Maßnahme, das ganze System zu erhalten. Und da heißt es feuerfrei, nichts mit Buchlesen, nichts mit Handy und mit Musikhören nach 5 Minuten Satzpause, 30 Sekunden Belastung, sondern wenn, dann hier 60 Minuten feuerfrei und natürlich entsprechend darauf achten, dass wir uns nicht im Energiesparmodus befinden. Das war es schon. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, der ist Mr. T. Empfieh empfiehlt, überhaupt was zu machen. Besser wie nichts. Intensiv was zu machen. So viel wie möglich Muskelfaserbündel, so viel wie möglich und dann passt es. Bis dahin.